Hallo alle miteinander. Heute stelle ich euch die Architekturform der korinthischen Ordnung vor. Ich habe euch hier mal eine digitale Rekonstruktion eines korinthischen Tempels mitgebracht. Und zwar ist das das sogenannte Olympäion in Athen, ein Zeus-Tempel. Davon steht nur noch das, was hier deutlich als Original zu erkennen ist, also diese äußere Ecke und innen drin die paar Säulen. Hier habe ich ein korinthisches Kapitel und zwar eben jenes Olympäons. Da sehen wir schon mal deutliche Unterschiede zu der ionischen Ordnung. Und ich werde im Folgenden dann jetzt euch den Aufbau erklären. Wir haben hier ein Schema, das unterteilt ist in Basis, Schaft, Kapitel, Gebälk und Gesims. Wir fangen mit der Basis an. Im Gegensatz zur dorischen Ordnung haben wir hier wieder eben eine tatsächliche Basis und es steht nicht direkt auf dem Stylobat. Wir haben die Basis ähnlich jener der ionischen Ordnung mit einem Trochilos hier und einem Torus. Dann kommt die kanelierte Säule. Die Vertiefungen sind die Kaneluren und das hervorragende sind die Stira. Betrachten wir das Kapitel. Wir haben hier unten an der Basis des Kapitels den sogenannten Astral. Oben schließt es mit einem Abakus ab als Abdeckplatte. Wir haben wieder Voluten. Diesmal kleinere und feinere Voluten. Hier oben unter dem Abakus haben wir eine Rosette und hier haben wir eben die bekannten floralen Elemente der korinthischen Ordnung. Das sind die sogenannten Acanthusblätter. Darüber kommt wieder der Architraf. Wieder ein Architraf mit drei Faszien. Hier haben wir jetzt den rundum laufenden Fries. Dann haben wir hier wieder ein Kyma. Darüber wieder das Geist-Podess, also der Zahnschnitt. Dann den Geison, die Kranzleiste. Und hier oben das Sima wieder. Das ist die Rinnleiste. Und hier seitlich haben wir dann die sogenannte Konsolen. So, hier habe ich nochmal eine Rekonstruktion. Hier können wir dann genau die Teile erkennen. Der Abakus hier oben, diese Blumenrosette. Hier unten die Basis und die Voluten, die kleineren und feineren. Und hier haben wir die Acanthusblätter. Eine Reihe, zwei Reihen und eine Dritte hier oben am Ansatz. Und es gibt verschiedene Ausprägungen. Und das hier ist die finale Ausprägung mit den drei Blattreihen. In der Kunstgeschichte kann man dann hier noch sehr darauf eingehen, wie die Blätter liegen. Und die haben alle noch andere Bezeichnungen. Das ist für uns jetzt nebensächlich. Darauf gehen wir nicht in solchem Detail ein. Wir müssen nur wissen, dass das hier die korinthische Form ist, damit ihr auch wisst, was ich meine, wenn ich davon in den kommenden Videos reden werde. Gucken wir uns nochmal das Original an. Hier haben wir unten auch wieder den Astragal zu erkennen. Dann den Abakus hier oben. Die Voluten, die Verspielten. Und hier dann hier oben erkennen wir noch gut eine der Rosetten. Und da können wir es auch erkennen. Und hier haben wir dann wieder rundherum laufend die Acanthus-Blätter angeordnet. Und damit sind wir schon beim Ende. Ich hoffe, ich habe alles verständlich erklären können. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt einfach in die Kommentare. Und ich werde dann mein Bestes geben, die zu beantworten. Wenn besonders viele Fragen sind, mache ich natürlich gerne ein weiteres Video, ein ausführlicheres Video dazu.